Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ihr seht es schon, mehr Käufer erreichen, das wollen wir hier auf dem Marktplatz Ebay immer. Und werden uns in diesem Video auch anschauen, welche Möglichkeiten uns Ebay dazu bietet, um hier unsere Angebote noch sichtbarer zu machen, um so mehr Umsatz zu erwirtschaften. In dem Moment, wo ich das Video aufnehme, sind wir hier kurz vor der Weihnachtssaison, wo eigentlich normalerweise die Käufer auch selbst zu uns kommen. Aber ihr müsst so sehen, ihr seid nicht der einzige Verkäufer auf dem Marktplatz. Dementsprechend müsst ihr hier auch was dafür tun, dass auch eure Angebote sichtbar bleiben, sonst werden sie irgendwo weiter runterrücken und dementsprechend werdet ihr auch weniger Umsatz erwirtschaften. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, welche Möglichkeiten hier Ebay uns da zur Verfügung stellt. Falls du neu dabei bist und dich interessieren mehr Videos von diesem Thema E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen und alles drumherum, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Apropos, ihr seht es hier, ich habe ein neues Mikrofon hier vor dem Gesicht. Ich möchte euch hier eine bessere Qualität bieten in dem Sinne und habe hier ein sehr professionelles Mikrofon mir angeschafft. Gebt ihr gerne mal ein Feedback, wie der Ton jetzt ist, gerne unten in den Kommentaren. Ansonst, alles was hier in dem Video gezeigt und gesagt wird, auch was ich hier einblende, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, schaut es euch gerne an. Beginnen wir mal. Hier auf der Seite, die ihr auch unten in der Videobeschreibung aufrufen könnt, um das Ganze nochmal nachzulesen, hat Ebay uns hier alle Möglichkeiten an Kampagnen und Anzeigen, wie das Ebay nennt, dargestellt. Welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt die Anzeigen Standard, es gibt die Anzeigen Erweitert, externe Anzeigen, was sich noch im Beta befindet und Artikelmerkmale hinzufügen und international verkaufen. Es gibt dann noch eine andere Sache, die wir gleich nochmal sehen werden und zwar Banner sind das, die Ebay einblendet für euch, wenn ihr das Ganze auch einrichten wollt. Wir möchten uns heute in diesem Video mit den Anzeigen Standard beschäftigen und die anderen Methoden, wie Anzeigen Erweitert und vieles mehr, werden wir in den weiteren Videos behandeln, deshalb nicht zu verpassen, abonniere diesen Kanal. So, was bietet uns Anzeigen? Klicken wir mal hier drauf und gucken mal da drauf. Wir haben hier erstmal Potenzial mehr zu verkaufen. Warum? Die Vorteile sind so, dass ihr nur dann bezahlt, wenn ihr auch was verkauft. Es treten keine Kosten vorher an, wie es bei anderen Anzeigen, Modellen und Optionen gilt. Wir haben hier eine einfache Einrichtung. Wir können Angebote speziell aussuchen, die wir bewerben möchten. Wir haben Potenzial mehr Käufer zu erreichen, das habe ich ja schon gesagt. Und wir können die überzeugenden Ergebnisse sehen anhand von Berichten, was ich euch auch gleich zeigen werde. Wir werden gemeinsam auch hier eine Anzeige schalten und wir werden uns das auch in nachfolgenden Videos anschauen, wie diese performt hat, um dann zu sehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet dazu, im Grunde genommen steht hier alles das Gleiche drauf. Wir gehen jetzt ins Advertising Cockpit und schauen uns das Ganze mal an, wie wir so eine Anzeige schalten könnten. Falls ihr direkt im Verkäufer Cockpit Pro seid, dann geht ihr hier oben auf Marketing und klickt dann auf Advertising Cockpit und gelangt hier auf diese Seite. So, hier habt ihr dann die Möglichkeit, direkt oben rechts eine neue Kampagne zu erstellen. Wir schauen uns aber erstmal noch ein paar Kennzahlen an. Wir haben hier nämlich eine Zusammenfassung von der Performance, die hier angezeigt wird, von bereits geschalteten Anzeigen. Ihr seht es hier, ich habe knapp 7 Millionen Impressionen. Das sind 41 Prozent mehr in den letzten 31 Tagen. Ich habe da einiges verändert. Ich möchte das euch in einem weiteren Video auch zeigen, wie ihr generell, ohne überhaupt Anzeigen zu schalten, gut performen könnt. Das zählt für alle Marktplätze, egal ob Ebay, Amazon und die anderen. Es gibt gewisse Dinge, die ihr immer tun müsst und aktiv bleiben müsst, um hier dem Kunden den besten Service zu gewährleisten, um so noch besser zu performen. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Schaut es euch gerne hier oben an, aber ich werde das Ganze auch aktualisieren in den Folgetagen. Kommen wir zurück zu der Zusammenfassung der Performance. Wir haben hier Klicks von über 5000 Klicks. Das sind auch über 50 Prozent mehr in den letzten 31 Tagen. 68 Prozent mehr Verkäufe. Also es bezieht sich auf die 31 Tage auf den Oktober. Dementsprechend hier ist noch gar kein richtiges Weihnachtsgeschäft. Es ist zwar drittes Quartal, aber 68 Prozent ist schon eine Hausnummer. Und ich werde euch verraten, was ich dafür gemacht habe. Wie gesagt, im Folgevideo. Dann haben wir hier Umsatz, auch 61 Prozent mehr und viele weitere Kennzahlen, die ihr zum Beispiel hier ablesen könnt. Wir haben hier noch eine Performance der Impressionen. Und hier haben wir das einmal als Diagramm gegenübergestellt zu organischen Impressionen und Anzeigeimpressionen. Anzeigeimpressionen sind quasi die Produkte, die Angebote, die ihr bewerben tut. Und die organischen Impressionen sind die ganz normalen, die einfach irgendwo aufploppen und angezeigt werden bei der Besuche für den Kunden. Und da seht ihr den krassen Unterschied. Organische Impressionen, wenn wir hier mal schauen, das ist das Höchste, was wir jetzt hatten. 40.000 Impressionen. Da, wo ein Produkt, ein Angebot dem Kunden angezeigt wurde bei der Suche. Gegenübergestellt zu über 340.000 Impressionen. Und das spricht natürlich für sich, dass Anzeigen hier relativ viel ausmachen können und auch ausmachen. Dementsprechend ist es relativ wichtig, Anzeigen für seine Angebote auch zu schalten. So. Weiter unten seht ihr dann die entsprechenden Anzeigen, die schon geschaltet sind. Ich gehe jetzt mal ein Stück höher und werde dann hier dementsprechend auf die neue Kampagne erstellen klicken. Da habt ihr dann die vier Möglichkeiten, die uns Amazon hier als Anzeigenkampagnen bietet. Wir haben hier die Anzeigen Standard, was wir gleich machen. Anzeigen erweitert. Banner Anzeigen, was ich schon angesprochen habe. Und externe Anzeigen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Anzeigen Standard. Klicken wir hier jetzt beginnen und dann haben wir hier nochmal eine Option, die wir wählen können. Einfach automatisiert und gebündelt. Ich fange mal unten an. Gebündelt ist eine CSV-Datei, die ihr uploaden könnt und die dann direkt hier abgelesen wird. Die muss aber korrekt sein. Dementsprechend wählt ihr einfach mal einfach oder automatisiert. Einfach bedeutet im Grunde genommen, ihr könnt jedes Produkt einzeln aussuchen, was ihr bewerben möchtet. Automatisiert ist regelbasierte Angebote. Da könnt ihr zum Beispiel eine ganze Kategorie direkt wählen und vieles mehr. Ich würde sagen einfach, weil auch bei einfach habt ihr die Möglichkeit direkt Kategorie auszuwählen. Deswegen spielt es gar keine große Rolle. Ich klicke jetzt mal auf einfache Anzeigen. So und ganz oben Anzeige erstellen. Habt ihr erstmal den Namen, den ihr festlegen könnt für diese Kampagne. Ich mache mal Testkampagne. So und gehe weiter. Wir haben die Möglichkeit, das Startdatum, das ist das heutige Datum in meinem Fall, der dritte Elfte und Enddatum festzulegen. Ihr könnt das über die Weihnachtszeit machen. Ihr könnt aber auch sagen einfach dauerhaft. Das ist auch standardmäßig eingestellt. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, diese Anzeige oder diese Kampagne auch zu beenden, wenn ihr das nicht mehr bewerben möchtet oder natürlich auch zu bearbeiten. Ihr könnt hier die Parameter jederzeit auch ändern. Als nächstes Strategie für Anzeigentarif wählen. Wir haben dynamischen Anzeigentarif oder festen Anzeigetarif. Beim dynamischen Anzeigetarif können wir individuell Dinge anpassen, wie die Obergrenze der Anzeigetarif und dynamischen Anzeigetarif anpassen. So erstmal zur Erklärung. Obergrenze Anzeigentarif. Das Ganze wird prozentual vom Verkaufspreis gerechnet. Das bedeutet, in dem Fall 25% vom Verkaufspreis, vom Umsatz, bekommt Amazon im Falle eines Verkaufs über diese Anzeige. 25% ist schon ganz schön hoch bewertet, muss man sagen. Aber bei manchen Produkten ist es wirklich so, dass die Konkurrenz mittlerweile so hoch das Ganze ansetzt. Ihr müsst das für euch natürlich kalkulieren, wie es bei euch passt. Wenn ihr nur 10% Marge habt, dann würdet ihr hier 15% Minus machen mit den Anzeigen. Passt nicht. Also würde ich sagen, in dem Fall müsst ihr natürlich für euch anpassen. In meinem Fall würde ich sagen, 15% Obergrenze. Und dynamische Anzeigentarif anpassen. In dem Fall prüft eBay das mit der Konkurrenz. Und wenn die Konkurrenz dann immer weiter erhöht, erhöht sich das bei euch um 0,5%. Und dann ist die Obergrenze dementsprechend 15%. Und darüber hinaus sollte nichts mehr gehen. Ihr könnt aber auch einen festen Anzeigentarif wählen. Da könnt ihr einfach sagen, nein, ich habe fest, für alle meine Produkte ist eine Marge von 15% kalkuliert. Dementsprechend gehe ich hier bis maximal 10% als Anzeigentarif. So, dann gibt es hier die Möglichkeit, die Angebote zu wählen. Wir nehmen mal einen dynamischen Anzeigentarif. Der ist immer empfohlen und eigentlich auch besser wirklich. Und jetzt gehe ich mal runter zu den Angeboten, die wir dann auswählen können. Bei den Angeboten, wie ihr seht, könnt ihr hier direkt filtern. Ihr könnt Angebote nach Kategorie filtern, nach Shop-Kategorie. Und ihr könnt einfach auch alle wählen. Bei alle werdet ihr dementsprechend direkt alle Angebote angezeigt, die nicht beworben sind. Das bedeutet, diese Produkte, die zwölf Angebote, die bei mir jetzt hier angezeigt worden sind, sind in meinem Fall nicht beworben. Und ihr seht es hier, die empfohlenen Anzeigetarife werden uns schon dargestellt. Und dann haben wir hier auch die dynamischen. Bei den empfohlenen 9% dynamisch, weil wir 0,5 drüber gestellt haben, macht er direkt 0,5 nach oben. So, ich klicke mal den ersten hier an und dann haben wir hier noch eine kleine Rechtsanzeige, wie die Performance ist. Ihr voraussichtlicher Anteil an Impressionen wird 74% sein. Das ist eine sehr gute Performance, wie ich finde. Ich habe jetzt hier drauf geklickt und kann jetzt dementsprechend hier auf Starten klicken. Wenn ihr dann auf Starten geklickt habt, habt ihr hier direkt die Anzeige. Glückwunsch, sie haben die Testkampagne erfolgreich gestartet und die läuft jetzt auch. Wenn ihr die Testkampagne oder eure erstellte Kampagne bearbeiten möchtet, müsst ihr weiter runter gehen. Hier unten habt ihr dann die Ansicht aller angezeigten Kampagnen, die erstellt worden sind. Und ihr habt die Möglichkeit zu bearbeiten das Ganze, wenn ihr zum Beispiel den Anzeigetarif in Prozent wechseln möchtet oder erhöhen oder weiter absenken möchtet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, einen Bericht zu erstellen, etwas zu pausieren oder zu beenden. Das steht euch frei. Soviel zu den Anzeigenstandard. Falls ihr dieses Video hilfreich war und du mich gerne unterstützen möchtest, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und sonst, falls Fragen sind, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei Ebay und auch auf anderen Verkaufsplattformen. Wenn noch nicht geschehen, abonniere dir gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020